Was ist denn das für ein edles Teil? Das ist die Gastrobac Design Espresso Piccolo Maschine. Ich sage einfach Kaffeemaschine. Das ist eine Espresso Maschine und wir packen die jetzt einfach mal aus. Das ist wirklich ein ganz cooles Design. Also ich finde die toll und vor allem die ist klein, dass man so bei sich im Büro, auf dem Schreibtisch nicht gerade, aber auf den Seitenschrank irgendwo stellen kann und kann sich dann im Büro seinen Kaffee machen oder eben in der Küche auf eine Anrichte. Die braucht halt nicht viel Platz. Die anderen Espresso Maschinen sind ja immer Riesenklopper. Und die sieht ja edel aus. Richtig edel, richtig schön. So hier sieht ihr dann das gute Stück jetzt mal ausgepackt. Also das sieht wirklich ganz edel aus. Ist halt eine Design Kaffeemaschine. Kann man nicht meckern. Und da sind dann so verschiedene Teile mit bei. Die zeigen wir euch jetzt gleich mal einzeln. So wir haben dann hier diesen Siebträger. Sieht auch ganz toll aus. Ist auch relativ schwer. Nicht so ein leichter Teil. Also liegt gut in der Hand. Und dann hat man hier einmal für eine Tasse so ein Sieb mit drin. So und jetzt sucht man das zweite Teil. Da wollen wir euch mal verraten, wo das versteckt ist. Da ist jetzt hier oben auf dieser Kaffeemaschine ist ja diese Warmhalteplatte, die separat gewärmt wird. Was weiß ich, da ist noch so ein extra Teil drin. Und dann ist hier oben eine Klappe. Und wenn man diese Klappe aufmacht, dann kommt hier dieser Siebträger, also dieses Sieb raus für die zweite. Also wenn man zwei Tassen machen möchte. Muss man erst mal drauf kommen. Habe ich in der Bedienungsanleitung leider nicht gefunden. Ich habe da geblättert und geblättert. Ich bin ja immer so, bei mir muss das schnell zu finden sein. Also ein Bild, zack, da oben ist das drin. Ne, war nicht. Ich musste lesen oder so. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe bei anderen geguckt und habe es dann irgendwo bei einem gefunden, der so arabisch gesprochen hat. Aber du siehst ja, dass der den Deckel aufmacht. Und dann habe ich es halt gefunden. Und hier ist dann auch noch so ein Reinigungsding drin, dass man die Düsen, da sind so kleine Nadeln dran, dass man die Düsen irgendwo mit sauber machen kann. Aber du hast sie voll. Ja, nach längerem Suchen. Und YouTube, mein bester Freund. Aber wenn du nicht heulen kannst, dann fühlst du dich wohl, wach? Nein. In der Bedienungsanleitung habe ich es nicht gefunden. Newt, das ist da. Sieht auch schön aus. Und dann wundert man sich vielleicht auch, wofür ist jetzt diese Klappe und guckt da vielleicht auch mal selber rein. Ich war jetzt wieder zu schnell. Ja. Aber da ist es drin. Dann haben wir hier diese Teile zum Kaffee portionieren. Also rein da. Und nennt sich wohl Temper oder Tampa. Und dann kann man das hier festdrücken. Und dann ist der Kaffee da eben so, dass man den benutzen kann. Und hier ist dann noch so ein Wasserfilter drin. Unser Wasser braucht hier so ein Filter einfach nicht. Ich probiere das erstmal ohne Filter aus. Meine ganzen Kaffeemaschinen sind ohne Filter. Und das ist eben für kalkhaltiges Wasser, glaube ich. Haben die aber nicht. Haben wir nicht. Wir haben wirklich ganz... Wir haben quälwasser. Ja, wir haben ganz tolle... Weiches Wasser. Weiches Wasser. Hier hinten ist dann der Wassertank. Kann man von hier oben nachfüllen. Und der fasst 1,5 Liter Wasser. Ist eigentlich ne ganze Menge. Da kannst du ne ganze Menge Espressi trinken. So, dann ist hier der frei bewegliche Milchaufschäumer. Da ist dann hier so ein Griff dran, der dann hitzebeständig ist. Oder wenn man das anfasst, dass es eben nicht heiß wird. Hier ist dann eben der Schaltknopf für Wasser durchpusten. Also für Milch sprudeln und sowas. Und hier oben haben wir dann die Knöpfe für die ganzen verschiedenen Kaffeesorten. Hier ist der An- und Aus-Knopf für eine Tasse, für zwei Tassen. Und eben der Milchsprudler. Der Milchaufschäumer. Ne Milchsprudler. Das heißt Milchaufschäumer natürlich. Jetzt wollen wir uns dann natürlich auch einen leckeren Kaffee machen. Ob nur Espresso oder einen Long Black. Also einen ganz normalen schwarzen Kaffee. Oder Cappuccino oder Latte Macchiato. Kann man sich alles machen. Ich habe mir jetzt erstmal Kaffee gemahlen. Da gibt es ja auch ganz tolle Kaffees. Hatte ich euch schon mal vorgestellt. Mone Kaffee. Verlinke ich euch am besten nochmal. Das ist bis jetzt der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Ich bin ja noch nicht so der Kaffeefreak, aber der Kaffee, schmeckt mir halt. Man merkt das, wenn er frisch gemahlen ist, ist das ein Unterschied, als wenn ich ihn im Discounter kaufe. Kostet natürlich mehr Geld. Aber der Ene-Kaffee, den ich dann mal trinke, da lohnt sich das dann schon mal. Also gemahlen. Nicht zu grob und nicht zu fein. Zum Anschalten haben wir ja hier oben die Knöpfer. Hast du die überhaupt schon mal gezeigt? Ja, die haben wir gleich am Anfang. Dann ist hier erstmal der An- und Aus-Knopf. Den machen wir an. Und wenn er aufhört zu blinken, dann ist die Maschine erstmal soweit startklar. Dauert jetzt einen kurzen Moment. Den Wasserfilter hatten wir euch ja auch schon vorgestellt. Anderthalb Liter passen da rein. Und jetzt kann man sich immer überlegen, ob man den einfach so nach oben hin rauszieht. Aber für mich ist das einfacher, einfach so Wasser nachzufüllen. Dann bleibt die Kaffeemaschine da stehen, wo sie ist. Und man hat diese Teil mit Griff und versucht nicht immer diese Teil rauszumachen. Muss sich jeder überlegen, wie er es haben will. Ich finde es so einfacher und geht schnell. So und dann machen wir jetzt unseren Kaffee hier rein. Dafür hat man ja diesen Messbecher oder Messlöffel mit dabei. Eine Portion. Ein Espresso ist eben eine so eine Kaffee hier. Ein bisschen Schütteln. Kaffee da rein. Und dann fest stampfen. Das ist eigentlich das Schwierigste an der ganzen Sache. Und ihr seht, dass das jetzt ganz leicht ist. So, dann muss man jetzt natürlich diese Teile da unten rein machen. 90 Grad sollen das sein. Also richtig nach hier vorne. 90 Grad. Und dann ist das fest. Das drücken wir einfach. Das sind ja bloß drei, also vier Knöpfe mit dem Anknopf. Dann haben wir eine Tasse, zwei Tassen oder eben diesen Dampf für Milch. Wir wollen jetzt bloß eine Tasse. Und dann geht das schon los. Oh, das schnuppert ja gleich. Das ganze Haus riecht nach Kaffee, nachdem ich hier schon Kaffee im Reihen habe. Riecht das schon. Wenn man sich den frisch macht, ist doch eben immer was anderes. So schnuppert der. Und ihr kauft den nicht. Ne, wir haben riesen Tassen, muss ich gerade feststellen. So, macht er mischt. So, dann haben wir unseren ersten Espresso fertig. Und wenn wir jetzt einfach nur ganz normalen Kaffee machen wollen, kommt das gleiche Spiel nochmal. Also, das wieder raus hier. Kaffee abkloppen, ausklopfen. Dann muss man natürlich, also ich habe es jetzt abgewaschen, abgetrocknet. Jetzt kommt wieder einmal Kaffee rein. Fest stampfen. Was das Schwierigste an der ganzen Sache ist. Was das Schwierigste an der ganzen Sache ist. Jetzt wieder hier einsetzen. Das finde ich eigentlich immer schwierig, die richtige Stelle zu finden. Aber das ist Übungssache. Übungssache. Und das geht auch ruckzuck. Jetzt setzen wir unseren Kaffee ein. Also unsere Tasse ein. Und ja, eigentlich macht man heißen, heißet Wasser. Also man macht jetzt eine Tasse Espresso und dann noch heißet Wasser hinterher. Wenn ich gleich zwei Tassen einstelle, dann müsste theoretisch gleich genug Wasser da durchlaufen, um normalen Kaffee zu haben. Ja. Eigentlich. So, und warum macht man da jetzt mehr Wasser rein? Also nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser. Nee, weil der dann halt nicht so stark ist. Es ist dann nicht so stark wie ein Espresso, aber ist dann halt ein ganz normaler Kaffee. Absolut spitze. Für uns eben normal Kaffee. Wir trinken ja den eher dünn als ein Espresso. Du ja, ich nicht. So, und jetzt schäumen wir uns einfach mal Milch auf, damit ihr das mal seht. Dann müssen wir jetzt hier oben dann den Milchschaumknopf drücken. Wenn das rote hier wieder aufhört zu blinken, ist die Wärme erreicht. Jetzt hat das aufhört zu blinken. Jetzt lassen wir erstmal ein bisschen, meistens kommt da erstmal ein bisschen Wasser raus. Ich habe immer Angst, aber so heiß ist das ja nicht. So, dann ist hier so ein Tropfen Wasser rausgekommen. Und jetzt nehmen wir unsere Milch, halten die da drunter. Komm her. Und machen wieder an. Und jetzt wird Milch aufgesteuert. Ist das cool. Dann muss man wieder ausstellen, wenn hier genug geschäumt ist. Ist das cool. Füllen wir uns jetzt in unser Latte Macchiato Glas ein. Machen uns schnell noch ein Espresso. Schnell ist jetzt so eine Sache. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Dampf ablassen, damit sich das abkühlt auf die Temperatur, dass Kaffee gemacht werden kann. Lassen wir hier nochmal ein bisschen Hitze raus. Drücken auf den Knopf, dass das eben umgestellt werden kann, auf eine Tasse oder zwei Tasse. Lassen wir ein bisschen Hitze, Dampf raus. Hat schon gleich wieder aufgehört. Dann müsste gleich die Temperatur erreicht sein für Espresso. Also Kaffee machen, wenn das aufhört zu blinken. Ist das soweit. Ich habe jetzt einfach nochmal ein bisschen Dampf abgelassen. Dann hört es hier auf zu blinken. Dann suchen wir uns jetzt aus. Wieder, wir wollen ja eine Tasse haben. Drücken auf eine Tasse. Und dann kommt unser Espresso hier gleich nochmal raus. Also die Temperatur müsst ihr immer erst runterfahren. Also ihr könnt nicht gleich von Milch schäumen auf die Tassen hier wieder drauf gehen. Das blinkt dann hier nämlich, weil es zu heiß ist. Nochmal auf den Schäumer drücken, damit es überhaupt ausgeht. Ein bisschen Wasser oder Dampf ablassen von dem heißen Dampf. Jetzt sind wir schon wieder fertig. Ausschalten. Jetzt können wir unseren Latte machen. Muss ich jetzt leider so machen, weil mein Latteglas da nicht drunter passt. Also ihr müsst erst ausprobieren, ob die Tassen oder Gläser, die ihr habt, hier drunter passen. Oder man muss eben die Milch, so wie ich das jetzt gemacht habe, separat machen. Und dann geht das auch. Und so kann man sich jetzt alle möglichen Kaffeesorten zaubern. Ob nur, wie gesagt, Cappuccino, Latte Macchiato. Oder einfach. Ganz normalen Kaffee, ganz normalen Espresso. Wir haben jetzt erstmal Kaffee zu trinken. Wir haben euch hoffentlich alles gezeigt. Hier oben, das Teil ist warm. Da habe ich mich jetzt draufgelehnt. Ja, ist ja auch als Hitzplatz. Genau, damit kann man ihm seine Tassen vorheizen. Das ist warm. Hier an diesen Milchschäumer auch nicht anfassen. Nur an diesen Teil, weil das Ding ist nämlich auch eine ganze Weile heiß. Aber da zeigen wir euch eigentlich schnell nochmal, wie das abgeht. Das hier wird nämlich abgezogen. Da muss man hier mit einem feuchten Tuch das sauber machen. Oder mit Wasserdampf kann man das auch machen. Ich mache das jetzt einfach nochmal feucht. Das soll man eigentlich auch in Wasser, also wenn man jetzt ein Glas hat, was man in der Höhe hier drunter stellen kann, drin stehen lassen. Damit dieser Milchschaum nicht fest wird, da dran. Damit er doch immer wieder sauber ist. Dann kannst du es immer gleich wieder benutzen. So, jetzt haben wir das alles sauber gemacht. Dann wird es wieder draufgeschoben und dann ist er wieder einsatzbereit. So, und dann ist das Teil hier wieder dran. Und die Maschine ist wieder einsatzbereit. Man kann jetzt wieder den nächsten Kaffee brühen. Macht das hier wieder raus. Füllt wieder mit Kaffee auf. Also das geht ruckzuck zu machen. Ich war ja eigentlich auch immer ein bisschen skeptisch bei so einer Espressomaschine. Das dauert mir alle zu lange, da den Kaffee reinzumachen und was weiß ich. Aber das schmeckt lecker, wenn man den Kaffee auf diese Art und Weise brüht. Das ist ein schönes kleines Gerät. Also wer sich mal eine neue Kaffeemaschine oder eben das Espressomaschine anschaffen möchte, guckt mal da rein. Macht euch schlau, vielleicht gefällt es euch ja. Ich kann es euch nur mal ans Herz legen, dass ihr da mal reinguckt. Es gibt ja so viele tausend Maschinen. Man muss sich halt für eine immer entscheiden. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und schönsten Sachen.